Ja und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Lucky Survival Games Auf dem Kanal von KaffeeBecherLP mit dem Gurubai, heute ganz alleine wieder unterwegs Ja, ganz alleine unterwegs, wir gucken mal wie es läuft Nephias ist noch nicht da, deswegen vielleicht kommt er ja noch dazu Man weiß es nicht so genau Aber wir legen gleich mal los hier in die Mitte laufen Ich wollte erst eigentlich normale Survival Games machen Okay, und abhauen Aber Lucky, zum Warmwerden macht man immer mal gerne eine Runde Lucky Wisst ihr ja Ja und dann sind wir mal gespannt wie es hier läuft Ich bin hier auf der Map unterwegs Ganz coole Map ist das ja, die kennen wir ja Hier hinten ist dann ja der Schnee und in der Mitte ist der Wald Ich habe gerade vergessen wie die Map heißt Ich hoffe mich verfolgt jetzt keiner Sonst bin ich nämlich am Arsch, weil ich habe nämlich nichts First Blood ist gefallen Da war jetzt auch nichts dabei Ach doch, ich hätte noch, ne Weakness habe ich gekriegt Naja, kann man ja mal machen Oh hier ist eine Kiste, da ist nichts drin Das natürlich, oh warte mal Ich habe mein Inventar getauscht Oder was war das? Ich weiß es nicht, ich habe auf jeden Fall ein Schwert jetzt Ein Steinschwert sogar Da sagt man ja nicht nein, ne? Okay, jetzt müsste ich da vielleicht hier hochkommen Wäre vielleicht ganz schön Sehr nice Das ist ein Kuchen, den essen wir natürlich noch Ne, im Hintergrund hört ihr im Übrigen MDK Link dafür ist in der Videobeschreibung, wie ihr vielleicht wisst Ist ja auch mal ganz nett Das sozusagen, das sagt man ja sonst auch nicht Ich bin tot Fuck, ich war fast tot Das wäre es ja gewesen, wenn ich jetzt da gestorben wäre Wir wollen, ich möchte euch ja gerne ein gutes Gameplay zeigen Deswegen Aber ihr wisst ja, bei Lucky Survival Games kann ja alles passieren Da könnt ihr jetzt hier eine volle Dia-Rüstung rauskommen Aber ich wurde geheilt Okay, da kommt jetzt gar nichts raus Dann ist noch ein Schwamm Und das ist ja das Schöne an Lucky Survival Games Man weiß ja nie, was passiert Hier zum Beispiel finden wir eine Hose Also wir sind schon mal gar nicht so schlecht unterwegs Fick die Henne Was will er denn? Scheiße, da bin ich gestorben Ein Herz hat er noch gehabt Na ja Hab Leute, Leute, Leute Ich sag's euch so Schnell zu Lucky Survival Games hier Vielleicht können wir noch mal eine andere Runde rein Die gerade startet Da sind 13 Ich gehe Oh, nein Nicht in die Oder doch Doch in die Ah, passt Dann mache ich hier Hänge ich gleich noch mal eine zweite Runde ran Das war ja Ah Da hat aber auch nicht viel gefehlt, Leute Da hat nicht viel gefehlt Das hier ist der Grund, warum ich keine Jumpmaps machen soll Oh, jetzt bin ich wieder drin Weiter geht's Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's Ähm Ja, gut luck wird hier gesagt Wir gucken mal Wer will Team? Keiner Das hier ist ja die Die Schneemap Ähm Jo Die Schneemap kennen wir ja auch Das ist ja auch eine der Der lustigeren Maps Sag ich mal Kein Team wird hier noch mal Ausrufezeichen gesagt Wenn ich mit Nefias unterwegs wäre Hätte ich natürlich ein Team gemacht Versteht sich ja von selbst Weil die Regeln das ja so besagen Und von dem her Oh, Leute Macht euch auf was gefasst Ey, ich hab das Eisenschwert Aber wir zeigen es natürlich nicht So, da ist schon mal einer Geblitzt worden Leute, Leute, Leute Das ist die geilste Kiste Überhaupt gewesen Die es da an dem Dings gibt Hoffentlich tausche ich jetzt nicht mein Inventar mit irgendwem Oh, krass Das hätte auch Böse ins Auge gehen können Ich sag euch das Jetzt müssen wir erstmal hier oben runter Wie kommen wir hier runter? Ohne zu sterben Ist das überhaupt irgendwie möglich? Hm Versuchen wir es mal Okay, das haben wir dann doch noch überlebt Jetzt was zu essen wäre nicht schlecht Oder ihn hier Nachdem, was er da kriegt Machen wir ihn fertig jetzt Machen wir ihn Ja, machen wir ihn fertig Das ist super, super Aktion gewesen Was hat er gekriegt? Nambos War krass Dass er mich nicht gekriegt hat Der Nambos So, haben wir mal laufen Mal weiter hier Ich brauche unbedingt was zu essen Sonst bin ich tot Unbedingt was zu essen Hallo? Kein Essen hier Da hat er leider auch kein Essen dabei Der einzige Vorteil ist halt das Eisenschwert Aber Leute, das Eisenschwert bringt ja auch nichts Wenn wir es nicht einsetzen können Weil wir kein Essen haben Bitte gib mir hier irgendwie ein paar Steaks oder so Creeper Ich bin tot Na gut Leute Ich sag mal, das soll es gewesen sein Danke fürs Zusehen Und schalte in der nächsten Folge Lucky Survivor Games wieder ein Oder Survivor Games Oder sonst irgendwas Bis dahin Euer Grube Ciao Ciao